So sieht es aus, das Trikot für die Spielzeit 2015-16. Neu, die AOK Nordost ist ab der kommenden Saison jetzt Hauptpartner von Turbine Potsdam. Und das wird künftig auch auf dem Trikot zu sehen sein. Wir hatten vor zwei Jahren eigentlich schon die Zusage gemacht, dass wir nach der DKB jetzt dann der neue Trikotsponsor werden und ich finde, das ist eine gelungene Sache. Wir haben natürlich immer schon darauf geachtet, dass wir jemanden aus der Region hier finden, die Sündenregion. Das ist eine Glaubwürdigkeit. Die Gesundheitskasse ist immer gut für allen, für alle, für Spieler, für Trainer, für Funktionäre. Ich glaube, da haben wir einen guten Partner. Die AOK Nordost wird natürlich weiter wie bisher vor allem den Nachwuchsbereich von Turbine stärken. Gerade das 2013 ins Leben gerufene Turbine Perspektiv-Team Powered by AOK beweist schon jetzt, wie erfolgreich die Zusammenarbeit der beiden Partner sein kann. Aber auch auf anderen Gebieten können sich die Kompetenzen sinnvoll ergänzen. Gerade Ernährung ist für uns ein ganz, ganz wichtiges Thema. Werden wir also versuchen, auch in der einen oder anderen Aktion zu vermitteln. Aber dazu gehören natürlich auch andere Dinge. Wir werden also auch versuchen, den Zuschauern, den Fans von Turbine Sachen näher zu bringen. Zum Beispiel das Thema Organspende ist für uns ganz wichtig, dass wir auch in den nächsten Spielen dann laufend immer platzieren werden und dann mit versuchen, auch die Begeisterung auch in diesem manchmal nicht so angenehmen Thema zu fördern. Jetzt hat sich eine große Saftfirma bei uns gemeldet, Bauer Säfte. Die haben, die sind ja bei dem Meer, die haben gesagt, wir würden euch gerne unterstützen. Wir haben natürlich jetzt schon die Radeberger Gruppe mit alkoholfreien Getränken und so. Aber solche Säfte sind was Besonderes. Und da kann man nicht jeden Saft nehmen, weil da viel Zucker drin ist. Und da haben wir uns schon bei der AOK, bei der Ernährungsberaterin schlau gemacht, was für uns am besten wäre. Und das werden wir jetzt auch durch. Auch bei der AOK-Initiative Aktiv gegen Parkinson wollen beide Partner künftig eng zusammenarbeiten. AOK Nordost und Turbine Potsdam, das passt einfach. does mal gucken, das nein für hillen, da müssen wir jetzt ab. Dann wird er sich direkt während unserer Szene语 genialisiert. Untertitelung im Auftrag desментes